Wir haben Black Angel bei uns. Kevin ist 0 eingespielt. Hey! Ich kippe mich auch nicht. Hi, du wirst ein bisschen Kelly machen. Nicht eingespielt und ich verarbeiten. Das ist natürlich auch, ne? Ja, und nicht nur Pippen. Du fragst vorher noch, war jeder Pippi und dann bleibst du hier die ganze Zeit los mit dir. Ja, das wusste ich noch nicht. Was ist denn los mit dir? Lappen, ey, bei Banane. Ja. Black Angel, du musst schreien, wenn bei dir was kommt, weil sonst werde ich in den Rücken geschaffen. Ja. Ich schreibe Kai. Ist das langweilig? Keine Ahnung, was wir vorhaben. Sonst wird langweilen. Einen hab ich gesehen. Kier ist dein erstes Ate. Kier ist dein Kind. Kier ist dein Kind. Kier ist dein Kind. Nein. Vielleicht sollen sie wenn sie jetzt zu Tode langweilen oder so. Ich kann scheiße, dass sie so langweilig geworden sind. Ja, wenn du stirbst, mag ich das nicht mehr. Ich spiele nur ein bisschen mit denen. Wir stehen da zu zweit am Teppich. Kann das sein, dass die Verteidigerrunde bei denen immer so lange dauert? Also die Anteckerrunde? Nein. Aber die Anteckerrunde geht bei uns normalerweise schneller. Ja. Oder so sage ich später noch mehr. Ich habe schon oft genug gegen euch, zumindest Teile von euch gespielt, dass ihr einen Platz macht. Also du hast mal bewusst. Einer geht Eckhaus, 3 gehen Eckhaus, den hab ich ausgehalten. 3 gehen Eckhaus, 3 geht weniger. Ich spawne und spawne und genauschbogen. Ja, du willst den nicht bekommen. Also bleib erstmal hinten bei... Weihab'n Dach. ...weihab'n Dach, würde ich sagen. Dass du so backbashen kannst. Nicht töten, die werden noch. Ja, ich spawne deinen enemy soldier. Ja, ja, ja. Weihab'n Dach, wo noch? Weihab'n Dach, wo noch? Wenn du keine Möglichkeit hast, zu instackeln, lass es sein. Ich hole ihn. Immer in Bewegung bleiben, Kai. Oh, Kai, du liebst aber schalte. Hä? Okay, der ist vielleicht so klarer, bin ich kaum. Einer putzt, gleich. Ich denke, ich soll dir den, geh hoch. Ja, natürlich. Alter, um die Ecke, weggeleckt, Sperr. Woher? 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 Woher habe ich? Hey, ich brauche die Mäli. Also die 5 Kugeln, die ich verschlossen habe, direkt rentiert. Mindestens einer rechts. 2 rechts. Einer rennt zu mir ins Eckhaus. Wow! 3 hier bei mir, glaube ich. Ah, Bomber. Hab einen mit der Nade. Komm zurück zu Impon. Wird gewerft, ey. Weg oben, lass mich liegen. Bleib pushen durch Angel. Rachen scharf. Hintern, hinter uns. Telefon. Hinter uns! Ich dachte, du deckst die Treppe wenn du es kannst. Wieso? Wieso? 2 von down. Oh, schön gesehen. Was? Was? Wie kann denn zwei kriegen? Trotz, trotz Granat... Ja, 1%. Trotz Granat und zwei Headshots. Mal vorbei. Hm. Schlechteste Spielzeit lang. Mhm. Na gut. Einiges Spielzeit lang. Kein Ton. Pusty, 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 Pusty. Weiter pushen. Ich bin weit. Hinten weit. Hinten weit. Hinten weit. Die sind hier oben. Hier bei uns. Wohin. Ja, das ist ja. Hinten weit. Ja, und einer noch Echoes. Na, die Schiff gesucht. Ja, da kam einer von unten. Ja, die wollen mich. Ach toll. Da hinten. Ja, hab einen mit dem Head. Wo haben wir die Landung? Da kennst du das Konstantin. Kein, du bei mir. Oh. Ich bin da noch keins von unten. Ich rede nur Double Double. Du bist... Du kennst echt nicht der Exklusiv besser. Wow. Er hat jetzt echt gegen der Exklusiv besser gelassen. Und dann... Es hat sich zwischen zwei geschehen. Prost, prost, prost. Prost, prost. Prost, prost. Was? Ich hab... Einen hatte ich und einen kommt. Ja, da hätten wir noch haben können. Na, das... Das war gar nicht. Ja. Ich krieg nur Double Down, sowieso.